Hey Freunde, was geht? Euer Wiesert am Start. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt eine kleine Kunstpause einlege. Da habe ich meine Inspirations-Sammlungspause über den Winter und meinen Geburtstag. Also Weihnachten und meinen Geburtstag, weil ich jetzt am 3. habe ich Geburtstag. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein frohes Fest, schöne Feiertage, eine angenehme Zeit mit euren Leuten, Familien, Freunde. Was auch immer, einen guten Rutsch ins neue Jahr, 2022. Und jo, was erwartet uns 2021? Sag ich euch noch nicht. Aber es wird geil, es wird geil. Ich habe bessere Ausrüstung dann am Start, alles chillig, viel besser Ausrüstung. Naja, und ich fange wieder zum Streamen an, aber das wird genau besprochen, wenn es dann soweit ist. Also, ich wünsche euch alles Gute und eine schöne Bescherung. Peace out.